moin moin leute was geht ab mein name ist fabius und ich bin der toloot leute so und wie ihr hören könnt ich bin krank tun ich so sehr krank ganz ganz krank ich werde sterben leute ein bisschen schwarzer humor gehört ja auch dazu wenn ich bitten darf wir haben uns vorhin mal das mappack revolution geholt und jetzt wollen wir wir rocken und du kannst euch reden wenn du willst ja jetzt hier wird von mir gerockt ganz einfach nicht jetzt werden und jetzt werden und mütter gefickt kleine homage am kumpel von uns und ich hatte hier 3 2 1 und diese homage an unseren kumpel ich weiß ja nicht ob ihr julians blog kennt aber er hat da auf jeden fall mitgemacht bei diesen genau und er ist in die hall of shame gekommen heißt oder nennt sich untersuchungshaft und wenn ihr kennen könnt ihr es mal in kommentare schreiben und ja dann mit ihm habe ich auch das ja sensore lp gemacht und ja wir werden uns wahrscheinlich auch irgendwas machen weil wieder schärfen wir mal saft in die bude damit wir sehen was wir tun schrotflinte ist in dem lift ist gar kein knopf ja warte mal ich nehme ich bin ich lieber lieber nicht reingehen nicht dass da irgendwas passiert ich kann mich gar nicht richtig bewährt doch jetzt wieder was war das denn bitte boing boing ok ok warte warte die fahrschuldecke besteht aus beton sieht nach müll aus aber man kann ja nie wissen ja das geht bloß nicht schlecht wenn man controller in allen taten richtig wenn man so ein mute hast du am controller gut alter so ein mute ja du sagst einfach muten dann mutet sich das headset ja das ist aber auch klappt alter du kannst du rüber das ist ja auch fast so hoch wie da wo ich wohne warte kann man hier auch mal die stockwerke rüber so alter ist das geil man das haben sie geil gemacht ach so die map heißt übrigens falls ihr das am anfang nicht gelesen habt die rise kommt aus dem kartenpaket call of duty black ops 2 revolution nur mal für die leute die es vielleicht nicht mitbekommen haben oder vergessen haben wir jetzt wie ein thomas hier entlang laufen oder wollen wir es mal so richtig wie bei einer spezialeinheit machen wo bist du da wie vor uns tot sagt bloß ich habe die schnauze da hinten jungen hier geht es um strom da oben ist das stromkabel blitz besser gesagt tausend alter low geht nicht zu nah an die tue da ist kein fahrstuhl drin das sehe ich aber und ein schönes Teil aber was kann ich immer klar ist die kuppel zog wie 8 doch nicht kuppel ich verstehe ich habe auch Hunger ach du scheiße ich will nicht wissen ach denkt nicht mal dran ach ich guck mal hier drinnen alter dessen kraft sich zurück gasflaschen ja guck doch mal rein da liegt ein kissen ich glaube da pennen leute drinnen erinnert die kreis stimme sagt mir doch mal was das ist alter ja stimmt doch in china haben sie doch diese räume da wo sie noch die kreise gaben ja hier das hat sich nicht mehr aus wisst so bei call of der gut bei call of duty sieht irgendwie alles größer aus noch ein teil urteil anbringt was passiert ist die angegossen weiß ich nicht für einen teil und bringen sie sich einfach mal die handschuhe auf den fuß warum nicht ne ja ne und so freestyle weil das ist nicht mehr stimmert und sagt mir doch mal was das ist das ist das ist doch wieder hinter aber nicht ja überlebt und warum? Und warum geht hier mal Stroh rum? Jetzt bin ich dran! Ah, warte, Stroh rum? Schmachst du nicht über mich? Lass dich! Also Stroh herum? Ach so, ich dachte Stroh rum. Und... Nee, aber jetzt mal ernst, man weiß, dass mein Träger ist geil. Genau, weil du... 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 weil du bist, deswegen! Ach, ich bin Spass, was bist du denn, alter? Ja, du bist Spass. Halt deine Fresse! das ist so jetzt habe ich nur zu dem Satz bei der Erkennung bis zu die Noten die Zeit du bist die Notte, wer ist die Tuss im Game? ich bin halt lieber im Game als in Wirklichkeit, wa? siehste Leute, ihm fällt nichts mehr ein, ich muss da jetzt lachen schlecht du warst schlecht Dein Zahn ist schlecht der war schlecht mir ist schlecht kann man hier irgendwie rein ah, teils daneben steht hier teils zu tauschen warte mal, wo hier warum muss ich mich entscheiden ich hätte nen Sack mit drin sollen Knauze ich bräuchte langsam ne Waffe und es geht kann der gegen den scheiß sich einfach zusammen bahnen so abkacken klar wird das ne Waffe oh, ja Hälte Punkte YES! NICHTICH ABGERECHT Alter, guck mal Leute jeder normale Mensch guckt anfang oder bevor zu jemanden hingeht zur Seite was macht der einfach hin und sagt ich bin King ja so muss das hör mal der King wurde gestürzt diesmal werden wir woanders lang gehen ja ne diesmal gibt's Rache alter ey da guck mal man sieht wo die Küste ist wo soll denn die sein alter? Meteorit so starten wir direkt nochmal hier wir wollten jetzt eigentlich wir wollten euch noch mal die Map so richtig zeigen und so und selber auch mal so ein Bild von der Map machen wir wollten jetzt keine großen Runde schaffe schauen wir eh nicht Provinz 22 hier auf jeden Fall China ja vor allen Dingen das sieht schon am Drachen so aus aber eigentlich ist es wieder ein normales Zombie Dings richtig die Rise ne normale Zombie Map die einfach nur nach oben und unten geht ja die Map ist auf jeden Fall ein großer Sprung nach vorne ja soweit ich jetzt gesehen habe ich glaub mal eh weil von oben jetzt die Ansicht von oben jetzt die Einsicht bei den Chatten um uns herum schätze ich dass auch die Energiesysteme ziellich beeinträchtigt sind weil Black Ops und ähm du weißt doch noch Black Ops 1 wenn du den Easter Egg gemacht hast mit dem mit Nier of Moon ja 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 haben wir doch die Erde weggekriegt also Nier ähm oder was weiß ich nicht was weiß ich nicht was hast du zu hören ach durch uns kam das oder was ja also durch jetzt hier halt von Black Ops warte ich muss wieder husteln dann muss man zweimal messern du Arschloch sollen wir bloß keine Punkte du bist schuld wenn ich infiziert werde hinter dir hinter dir sorry Leute ich muss grad husteln ich konnte ich leider nicht sagen hinter dir er hat mich gekratzt ich brauche etwas Salbe ich hab grad meinen richtigen Namen gesagt Schätze ich schulde dir was oh er hat seinen real life Namen gesagt ja tut mir leid Leute also ich heiße Sven Kaufmann Kaufivars Kaufivars nein Leute ich heiße nichts mehr Kaufmann mein richtiger Name ist Touloud also T-U Leerzeichen und von L-O-D bei PSN hab ich dann halt noch ein anderes O rangehängt ja ich heiße Tu weißt du Tu mein Nachname Lord Tu Lord boah 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 wie viele Stinker da kommt das war nur ein Schiff alter alter du kommst jetzt ich ja ganz gut klar da aber brauchst du vielleicht Hilfe ne das war nicht grad wenig ne da oben geworben ey was geht's wie du mir so ich dir schon im Bus ich pass es berührt zu werden also lass dir das besser bleiben klar wo ich bonze bin alter logizieren was haben wir hier wir haben ein Loch in der Wand wir haben ein Loch in der Wand wir haben ein K14 und das war's ich hab hier ein Loch in der Wand gefunden wo stimmt hier sterb ich? warte um teilzunehmen diese Komponente gehört zu etwas anderem danke was kann das nur sein ok jetzt ich bin mit Absicht drunter ja toll ich wollte noch ein gewissen Kämpfen was haben wir denn hier ist es etwa das was für die Seite ja die Sniper ist es ja es ist die Sniper aber ich nehm sie nicht ich mach jetzt hier nicht meine 3-6-D-Groscope Super-Hardcore-Sup-Skills ne links oder rechts links oder rechts äh ich hab also ein leeres Gefühle-Magazin ok ne das fügt nur einmal im Kreis sicher? insta-kill wuuuhu direkt in die Fresse küsst euch ja eh keiner bei den ganzen Bakterien da hätte Punkte schmerzt ey schmerzt ey hier jungen schmerzt rache stinkt genau wie Rassman übrigens ah fuck ähm Ja, habe ich jetzt Drogen genommen oder ist die Kiste wirklich oben? Ja, aber warum liegt hier überall Stroh rum? Ja, guck mal nach oben, Alter. Ja, guck mal nach oben. Das ist falsch. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Das hier scheint eine Kreuzung zu sein. Ja, ich muss das denn nur bei einem einzigen Schuss. Der Rest war doch richtig. Rache! Stinkt! Ja, aber hörst du mal übrigens. Ja, eigentlich war doch alles richtig rum. Sieh mal eine an. Das hat sich echt gelohnt. Oh, du, Alter, du ekelhafte Missgeburt. Eine ohne Witz. Wenn das klappt, komme ich zurück. Man sieht man die Waffen gar nicht, was das ist. Welcher ein Glück, dass dieses große Magazin niemals klemmt. Anders als bei manch anderer Mann. Au, au. Mich schlägt das auf, wenn ich aufhabe. Alter, mich schlägt das so gerade total auf. Das hier alles so auf. Oh, hast du dir einen Nagel abgebrochen? Du bist schuld, wenn ich infiziert werde. Er hat mich gekratzt. Ich brauche etwas Salbe. Hast dich mit dem Falschen angelegt. Hier war der Punkt. Ballistisches. Ja, guck dich meine Punkte an. Alter, bin ich voll der Babo und so, Junge. Guck dich an meine Punkte. Guck dich an meine Punkte, Lo. Alter, ey. Ich will nicht mehr rüberschmecken. Hm. Ja, ey. Das lass ich. Ja, ich. Sieht zwar so aus, als könnte man runter, kann man aber glaube ich nicht. Ja, wohin soll man da auch? Da fliegt man doch runter, oder? Ja, ich glaube, hier ist ein Falschen. Das sieht so aus, als ich sieht so aus. Was mutest du dich mittendrinne? Sag mal schwer vom Begriff oder so? Oder musst du wieder husten? Husten nicht. Alter, dein scheiß Husten. Ja, Alter, Reizhusten ist echt scheiße, Leute. Reize sind echt scheiße. Ich muss meine Tropfen rein aufnehmen. Ist da so kap... 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 Kapital oder wie die scheiße heißt. Ey, schmeckt scheiße. Schon glücklich, aber gut. Pfahl gegen... Für so eine schwache Waffe ist kein Platz in dieser Sammlung. Süddele. Whistle, baby. Whistle, baby. Wohne mal Kiste, mach mal die weg. Ich will's nicht sagen, aber... Ja, die ist besser. Hm, gewaltiges Ding. Ich will nicht sagen, aber das sieht irgendwie aus wie eine Demonstration, weißt du? Wenn ihr versteht. Oh, Teddybär. Irgendwie simpultigkopf sieht das aus, auf jeden Fall. Ich sag's nicht genauer, wie ich das mit einem Hammer. Wo bist du? Ich bin abgehauen. Sag das doch, wo denn... Ja, ich glaub ich bin geradeaus, ich bin dieses Fenster und dann das andere. Und dann das andere. Und dann das andere hier, sag doch, dass du da bist. Solche Sachen, ich bin, ähm, getan und was weiß ich nicht. Ha! Hast du dich mit dem Falschen angelegt, was? Woher willst du wissen, in welchem Zimmer das scheiß Großloch ist? Weiß ich nicht. Sag doch einfach, du bist geradeaus rausgeklassen. Hab ich nicht geradeaus durch das Fenster und dann durch das andere. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Parkstuhl. Hier unten geht zum Schrocken. Au! Au! Hinter dir. maximale munition was jolo geh mal runter jolo digger aber doch die stelle nein nicht daneben springen nicht daneben springen auf dieses teil drauf und belegt mich wieder du bist wieder so witzig jetzt belebt mich wieder alte jetzt kommt zu mir und belebt mich wieder da 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 tschüss du bist du abgerutscht bin ich alter kannst du dich nächstes mal an gewisse hygieneregeln halten die krankheiten werden durch berührung weg geschleudert was das denn wende ich brauche einmal salbe und du nein du bist schuld wenn ich infiziert werde ja ich bin auch gut ja ich bin auch gut ja ich bin auch gut ja ich glaube ich habe ein licht ich werde das behalten bis ich ein geeigneter nutzen maximale munition maximale ammunition wollte ich gerade sagen die an 94 gegen fall warte warte die an 94 ja die habe ich hier 1200 ey das ist alles falsch ey aber richtig nice 30 zu 300 schuss ok hier kommt man nicht runter ich glaube wir müssen hier weiter ja ja ich glaube es ist auch 30 zu 300 ja ist auf jeden fall schön mit anzusehen dass es auch mal viele munition gibt in der waffe viele munition viele munition in einer waffe ja viele munition ey guck mal hier kann man sich selbstmörder du du richtig ey jetzt freut nur noch kino modus und das als bild machen ey die kann man mit dem schluck auch wieder rüber da unten ach ja ja nachlass oh warte ich muss wieder aus peck 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 ich habe eine soft air und ich setze sie ein ich habe eine soft air arschloch schreiner eine wirklich sehr erfreuliche pause wie du mir so ich dir wie schon im bus ich hasse es berührt zu werden also lasst ihr das besser bleiben klar au raffe stink ja genau du hast du übrigens du musst kranken da fällt der markt nicht anfassen aufnahmestörer aufnahmestörer robin alter wenn ich nicht packe alter wenn ich nicht packe alter aufnahmestörer 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 ja los du bist die Frau also ja du bist die Frau also fang an putzen 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 mach german sushi los ich muss noch das essen machen ja ja das gibt es gar nicht hast dich mit dem falschen angelegt was ich hab wieder so ein aiming heute er hat mich gekratzt ich brauche etwas salbe mach ich erstmal schön so ein Kammelhüt Kammelhüttee mit viel Honig was Tee beton ich noch nicht alter ich will ich brauche natürlich iiii alter nee das schmeckt erst schmeckt auch so gut und zweitens ist es voll egal zum einschlafen yes 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 ich wollte noch etwas schönes Geld ausgeben alter aber ich hab schon wieder das nächste Teil hier ähm wo bist du denn unten achso wo hi 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 ich suche die ganze Zeit teile ah von dem oh der wixer der kommt hinter mir was nein will sie bloß nichts ein wie bist du denn überhaupt down gegangen von hier da ne 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 öffnen der Tür öffnen der Tür guck mal hier in die Tür rein ne hallo Lager in die Tür du meinst du getrauen ja in die Tür kauf ich durch die Dame ist die Dame ist bereit ne danke 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 ruf 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 r hier meine hier woher Tch Harbscope-Skills hier. Oh, wir sind hier oben. Bowie-Knife. So'n Claymorsch. Claymöschen, wenn ich bitten darf. Arschloch. Gehen wir nicht weiter, um teilzunehmen. Ich hab grad irgendwas blaues, sieht aus wie entweder plattgedrückte Scheiße, ein Stein oder ein Flasenboot, das nicht zu verbrannt ist. Ne, eins weiß ich, hier kann man auch Teile anbringen. Falsches Teil hier, da, falls ich nicht wusste. Ja, hier, hier, bei mir ist noch ein Teil. Junge, komm weiter hier. Zwei. Das war dein letzter Sprung, Faul. Nein, 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 nein. Ich springe genau parallel zueinander. Robin hat grad eben unser Claym geschickt, ne, also DTE. Komm, ein Loch, ein Loch. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, Junge, noch mehr. Oha. Denk grad, ich hab'n MG. Oha. 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 Alter, jetzt ver... Alter, die sind so scheiße zu treffen, Alter. Wo bist du? Ey, der macht nur dich Karate. Ja, ich kann... Ja, ich kann... Nein. Jetzt... Maximare Munition! Bist du denn? Oh, Alter, jetzt bin ich tot. Genau, jetzt bin ich weg, Alter. Dieses Drecksgame, Alter, ne? Voll... Ich will das andere Teil haben. Wo kann man was bauen? Ich hab nämlich noch was. Das war hier hinten in der Ecke. Ach so, echt, aber... Oh, was? Wie ist das schon? Hm, das sollte einfach sein. Einfach befestigen. Ja, toll. Ich nehm den Stein auf. Hm, das sollte einfach sein. Einfach befestigen. Hast du noch das... Kann man damit irgendwas rufen? Ja, bestimmt. Aaaaah! Weißt du was? Was denn? Aaaaah! 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 Ach ja, du hast ja... Hentgen... 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 Stehen! Buh! Wozu es geht? Und... Nio... Nio... Komm zu mir, komm hier klein bisschen! Sernig... Scherri scherri... Was kannst du eigentlich in deinem Leben? Red mutat. Nio... 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 Hentgen... Nio... 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 Hehehe. Hehehe.